Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA! Was geht, meine Freunde? Ich habe heute Leute dabei, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, und zwar den hässlichen iCrime-Ex. Jo, was geht ab? Ja, super. Den hässlichen Evive. Jo, Leute. Ich schwöre, Lukas, dein In-Game-Karakter sieht aus wie eine schwule Mischung aus Kollegah und deinem Gesicht, Alter. Du siehst so dermaßen scheiße aus, Alter. Jürgen, das ist einfach so fessiv, ey. Lukas, ohne Witz, du siehst so... Ey, Jürgen, knall ich doch nicht ab, Mann. Alles klar, Leute, wir werden heute Heiden Sieg spielen hier und wir werden in diesem wunderschönen Gusel-Hotel, wo Lukas übrigens auch geboren worden ist, tatsächlich, verstecken. Mit dabei ist übrigens auch der liebe Alphastein. Yeah! Oh Gott! Alter, wärst denn der coole Typ, der hier so eine Wand lehnt, wärst du da? Ohhhhhhhhhhhh! Alles klar, Tobi ist auch mit dabei. Okay, Leute, ich zähle und ihr versteckt euch hier. Es wird gleich ein Nachtspecial, das heißt es wird nachts werden, bis ich euch alle gefunden habe. Nice, ich bleib hier im Pool stehen. Lukas, ich schwöre, wenn du mir jetzt auch eine reinhättest... Nein, nein, ich mach nix, ist gut! Back jetzt! Ich schwöre, Max, was willst du von mir... Ey, Junge, willkommen! Junge, Max, du kleine Dreckige... Jürgen, verpiss dich, ich leuchte mit meiner Taschenlampe auf dich. Lukas, rein jetzt! Verstecken, verstecken, verstecken! Geht's schon los? Gut, ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, deine Mutter, sechs, sieben, acht... Ihr dürft euch aber nicht verteidigen, ne? Ey, ihr sind Penner drin, ey! Wir machen Töten, wir machen Passauf, Leute, wir machen Passauf, ey! Halt mal die Fresse, Lukas! Ich komme jetzt einfach, so superperfekt. Das hat ja Klasse geklappt mit dem Zählen. Okay, hallo? Unser Moral ist einfach Penner, Alter. Echt jetzt? Alter, Lukas, ich direkt wieder zu seiner Familie gesetzt. Servus, man kennt sie. Shit, ey. Ordnungsamt, hallo! Hallo, Ordnungsamt! Ordnungsamt, die Obdachlosen bitte aus meinem Hotelfachbetrieb raus, der wird hier immer noch vermietet. Junge, ich habe auf Trivago vier Sterne bekommen. Was soll die Scheiße, Alter? Das ist ein super Laden hier, der boomt. Okay, ähm... Alter, Lukas, verpiss dich von mir! Geh weg, verpiss dich! Geh mal einen Pik machen? Nein! So, okay. Lukas, ich habe gerade deine Eltern hier gefunden, Lukas. Hier ist einmal... Lukas, deine Eltern sind beide dunkelhäutig, das wusste ich gar nicht, nice. Ich habe übrigens gesehen, Lukas, dass du aus dem Raum rausgelaufen bist. Also Servus auf jeden Fall dann... Alphastein! Ich seh dich! Verpiss dich! Junge! Was? Junge, du darfst dich nicht wehren, raffst du's nicht, du dummes Schicksalverdockung! Max! Ey, du darfst nicht so weit entfernt schießen! Was ist das denn? Natürlich! Die Regel! Was für eine Regel? Die habe ich gerade gemacht. Als ob er das überlebt hat. Der dumme Wichser, der dumme kleine Wichser! Junge, Alter! Die Misch kriegst du niemals, ey! Digga, ganz ehrlich, ich habe Lukas Schwester auch rumbekommen. Es wird kein Problem, wenn ich sie bekommen habe. Junge, irgendwann, ne? Kameras holt! Was? Ne Scheiße! Geh nicht immer auf die Dicken, Junge! Was willst du? Geh nicht immer auf die Dicken! Maaan! Bist du hart dumm, Alter! Guck mal, der Boss, man nennt ihn doch Spider-Man! Junge, man nennt dich auch... Alt-Kleider-Man nennt man dich, du Hässlichkeit! Ah! 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 Oh fuck! Ich stech dich ab, Mann! Ich stech dich ab, Mann! Ich werde dich abstechen! Ich werde dich abstechen! Oh Gott! Ich stech dich ab! Oh Gott, ey! Oh mein Gott, Junge! Junge, ihr kleinen dreckigen... Ihr lauft hier alle rum wie die... Ah! Hier ist ein Polizist! Du hast den Polen abgegeben! Er knallt den Polizisten ab! Junge, ich habe drei Sterne! Geräusche! 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 Ja komm, verbrügel ihn! Verbrügel ihn! Nein! Hört auf! Hört auf! Hört auf! Ich bin dreckig geholt, deine... Ja, Mann! Hey! Geräusche! Als ob... Jungs! Was war das für ne Scheiße! Okay! Ich bin dran zu verstecken! Ich versteck mich jetzt! Ein anderer muss suchen! Wer hat mich umgehauen! Ich glaube, Max war's, ne? Ich suche, ja! Okay, dann zählen wir jetzt, Leute! Eins! Drei! Drei! Zwanzig! Ich komme! Junge, wieso machen diese Polizisten hier mitten auf dem Schlafzeit Mittagspause? Jetzt geht's los! Verpisst euch, Alter! Der eine sieht aus wie Manuel von Broken Sums! Was ist da los? Ja, das ist Manuel von Broken Sums und Flying Uwe im Auto, Alter! Uwe steigt wieder aus! Junge, wie oft steigen die in ihr Auto ein und aus? Du bist hyperaktiv, Alter! Manuel! Manuel! Manu! Lukas, hast du das... Lukas, siehst du, wo ich stehe? Ja! Manu steigt wieder ins Auto! Ich sehe es! Warte! Tür geht zu! Die fahren wieder weiter! Die fahren gegen die Wand! Manu, Vorsichtig bitte! Manu, bitte aufpassen! Manu, bitte berück dich! Manu, bitte berück dich! Manu, bitte berück dich! Guck mal! Ey! Ah, Digga! Alter! Oh nein! Jetzt sind sie wieder auf mich! Alter, Lukas! Lukas, ich komme nicht... Oh! Du bist so hart dumm! Ich stand die ganze Zeit in diesem Busch neben dem Polizisten. Du bist zehnmal an mir vorbeigelaufen! Einfach auf Stein! Einfach auf Stein! Einfach auf Stein! Ich hab' dich gemeint! Ey! Ich muss mir das später nochmal anschauen! Ich hab' dich null gesehen! Manuel, Manuel, berück dich! Okay, ich würd' sagen, Fettsack sucht! Ey, Wife, du bist dran! Ey, Junge! Okay, komm alle nochmal zum Pool! Ich steh' die ganze Zeit offen da auf der Terrasse und guck' Und wink' so, hallo! Oh, jetzt wird gefährlich! Okay, seid ihr ready? Dann... Hör doch auf, Junge! Stopp! Ihr kleinen Wichser! Ihr dummen Pisser! Komm, lass' weg! Was ist denn? Nein! Dann eins, zwei, drei, vier... Scheißegal, ich komm' jetzt! Alles gut, da hätten sich schon die ersten Leute laufen! Oder das ist wieder Manuel! Ja, da oben wird geschossen! Also... Äh... Jungs? Ich guck einfach... Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade, Jungs? Ja, super! Ich darf euch nicht abknallen, sonst fick' mich die Bullen! Ey, Junge! Bist du behindert? Jooo! Alles klar! So, ihr kleinen Wichser! Dann seid ihr alle dran! Oh shit, Leute! Hier liegt schon ein toter Pollen... Oh nein! Wir werden abgeknallt! Hallo! Alter, Manuel ist hier immer noch im Einsatz, Alter! Manuel, Flying, Uwe, räum' mir gerade richtig auf! Dreh' mir erst hier! Ja! Nein! Weg! Nein! Alter! Stopp! Haha! Ich bin dir die ganze Zeit hinterher gelaufen, wollte ich abstechen, nur Rixxer! Beide, hab' ich keinen Fing! Okay, jetzt nur noch Alphastein! Siehst du? Wo bist du denn? Gib mir mal einen Tipp! Ey, du schweigst für die Zeug, Junge! Überall! Wo ist er? Ah ne, das ist auch für die Zeug! Nop! Hahaha! Ich bin da immer aufgeknallt! Okay, ich würd' sagen, wir machen nur eine Runde, wo Alph sucht, oder? Ja, okay, komm! Meine Eltern haben sich ein Passat gekauft! Ja, interessiert niemanden! Ja, mit dem komm' ich halt jetzt! Hahaha! 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 Maaann! Junge, revi! Fuck mich doch nicht ab, Mann! Hahaha! Hahaha! Ja komm, Alphastein, zähl einfach los und wir verstecken uns, oder? Okay, Alph, los, zähl! Warte, chill, chill, chill! Ich will zusammen starten! Eiii! Scheiße, scheiße, der Alphastein sucht jetzt! Alphastein sucht jetzt! Oh, Junge! Ey, er fährt Auto! Hahaha! Hahaha! Junge, bist du dumm? Hahaha! 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 Ich kacke aus! First-Person-Oli, Jungs! First-Person-Oli, ne? Ja! Warum bei mir Ego-Shooter-Sicht? Alt-Smart! Ich euch auch! Weg! Lukas, First-Person ist Ego-Shooter! Ach, scheiß, stimmt! Ah, scheiß, stimmt! Ah, ah, Alter! Junge, bist du dumm, Junge! Hahaha! Alter, ist das peinlich wieder für dich! Ja, safe nicht rausschneiden, Mann! Hahaha! Wie kann man so hart dumm sein? Ich bin wirklich auf Third-Person verstanden, nicht First-Person! Ach ja! Ja, reicht jetzt langsam! Du kannst suchen! Und man ist auf dem Klo verstecken! Such doch jetzt! Ah, jetzt, weg! Okay! Leute, der sucht nicht! Äh, Alpha, du kannst loslegen! Äh, Valve! Ich seh dich! Äh, ja, da kommt wieder so ein Leuchtkegel angeflogen! Ich seh dich! Bist du, du Pussy! Wer steht! Rewi, wo bist du? Hahaha! Boah, Max! Da hab ich drei Scherien! Du musst dich auch verstecken! Mhhh! Oh nein, da ist Alpha! Äh, ich bin schlagen gerade! Ah! Junge, ich stech dich ab, Amelakon! Oh, jetzt hab ich alleine Alpha-Stein zu uns gebracht! Tschüss! Oh nein, Alter, Lukas! Wer steht Rewi! Oh nein, oh nein, oh nein! Verstecken, verstecken, verstecken! Wer steht! Du Affe! Wer steht dich ab, Mann! Hahaha! Hahaha! Ich hab den einfach abgestochen! Ich stech den nächsten Bullen hier ab! Komm ran! Ich stech dich ab, Manuel Senke! Manuel ist den gerade abgestochen, Alter! Lebt vielleicht ein Uwe noch? Ne, vielleicht ein Uwe ist auch tot! Ich hab alle umgebracht! Okay! Hast schon einen Videotitel! Stein, das war eine erfolgreiche Runde für dich, würde ich sagen, oder? Ich such weiter! Alles klar, ich lauf mit meinem Messer hier weiter rum! Äh, ich wickere! Äh! Äh! Da ist Alpha, da ist Alpha! Ah! Hallo Alpha! Ah! Ah! Okay, Lukas, okay, okay! Du hast, du bist auf mich zugekommen und hast mich geschlagen! Ich hab nichts gemacht! Ich hab nicht, ich hab nicht dich geschlagen! Du wolltest mich aufschlagen! Nein, das stimmt nicht! Ich wollte dich abstechen! Nicht schlagen! Junge, du bist so ein Arsch, Alter! Ey, nicht auf mich! Bist du dumm! Hör auf, ey! Ey! Ja, das klappt ja echt super mit dem Heiden-Seek, ne? Wir stechen uns eigentlich nur gegenseitig ab! Scheiße! Junge, warum, Alf? Weil ich Zeekaback! Weil du was? Ey, knall mich durch! Zeekaback! Du kleiner Wichser! Junge, waren die Runden behindert, ey! Jetzt werdet ihr noch vom Traktor überfahren! Na klar! Junge! Okay, Leute, das war's von dieser wunderschönen, total seltsamen... Ach, keine Ahnung, was ist hier eigentlich los, Leute? Keine Ahnung, von dieser wunderschönen Folge von GTA Heiden-Seek, wenn ihr das mal koordiniert sehen wollt, ohne Vibe, lasst einen Daumen nach oben da! Und ich würde sagen, schaut auf jeden Fall bei Crybacks und Alphastell vorbei! Macht's gut! Super-Stattung und bis zum nächsten Mal! Haut rein, Leute! Ciao! Was ist das? You Haben! You demeinen aan EU clock! You deseinen! You Ehang! You Ehang! You Ehang!